Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über den neuen Optimismus bei Sartorius, die HelloFresh Rally und China-Fantasie bei Conti. Im Thema des Tages läuten wir eine neue britische Ära mit sechs verheißungsvollen Aktien ein. Und in der Triple-E-Idee gibt es das große deutsche Multi-Backer-Finale. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Freitag, der 5. Juli und wir wünschen euch einen heiteren Start in den Tag. Gestern wurde beidseits des Atlantiks gefeiert. Die Amerikaner, die hatten ihren Independence Day und die Briten, die haben gewissermaßen ihre Demokratie gefeiert. Eine der ältesten der Welt, indem sie ein neues Parlament gewählt haben. Über das Ergebnis dieses Hochfests der Demokratie sprechen wir gleich im Thema des Tages. An der deutschen Börse kam weniger freier Stimmung auf. Der deutsche Aktienindex notiert am Ende aber immerhin 0,4 Prozent höher bei 18.450 Zählern. Und das, obwohl die Auftragseingänge der deutschen Industrie im Mai unerwartet schlecht ausgefallen sind. Wenn man mal von Corona absieht, war es der schlechteste Wert der Auftragseingänge seit zwölf Jahren. Über keinen Mangel an Aufträgen kann sich bekanntermaßen Rheinmetall beklagen. Die deutsche Nummer 1 in Sachen Wehrtechnik profitierte gestern weiter von dem historischen Panzerdeal mit dem italienischen Konzern Leonardo und kletterte nochmal um zwei Prozent. Pluszeichen auch bei Sartorius nach dem Ausverkauf in der vergangenen Woche und Anfang dieser Woche scheint sich der Laborausstatter an der Börse zu stabilisieren. Gestern jedenfalls waren Anleger bereit, bis zu 227,50 Euro für die Vorzüge zu zahlen. Im Tief waren es diese Woche ja schon nur 200 gewesen. Ja, der langjährige Vorstandschef Joachim Kreuzburg wird den Göttinger Konzern im kommenden Jahr verlassen. Und so ein Chefwechsel sorgt immer für Unruhe. Geschützt hat am Donnerstag eine Einschätzung von Otto-BHF-Analyst Oliver Metzger. Und Metzger traut Sartorius nämlich zu schneller zu wachsen als der Bio-Pharma-Markt an sich. Der belastende Lagerbestandabbau der Kunden dürfte auch bald enden und er sieht einen Kurs hier von 260 Euro. Sartorius, das könnt ihr euch schon mal merken, legt Mitte Juli Quartalzahlen vor. Sehr auffällig ist das, was die HelloFresh-Aktie gerade macht. Sie steigt nämlich seit Wochenbeginn unaufhörlich. Fast 30 Prozent sind es inzwischen, allein gestern waren es 8 Prozent. Am Dienstag hatten die Titel einen Kurssprung von 18 Prozent hingelegt, nachdem die Analysten von JP Morgan die Aktie von der Negative Catalyst Watch-Liste gestrichen hatten. Die Aktie hat eine Aufholjagd allerdings auch bitter nötig. Selbst jetzt steht das seit Jahresbeginn immer noch ein Minus von fast 60 Prozent. Einen steilen Anstieg legte gestern auch die Kontinental-Aktie hin. Die Titel gewannen letztlich 9,5 Prozent. Hintergrund waren optimistische Aussagen, die das Management während einer Investorenkonferenz tätigte. Demnach soll das starke Wachstum in China zu einem Zitat Hauptwachstumstreiber werden und den schwächelnden europäischen Markt kompensieren. Und im Reifengeschäft rechnet das Unternehmen damit, seine Prognose für die operative Umsatzrendite zu erreichen und in der Industriesparte von Kostensenkungen zu profitieren. Das kommt ja an der Börse auch immer sehr gut an. Ungewöhnlich spät, nämlich erst kurz vor Mitternacht, kam der Halbleiterausrüster Axtron mit einer Umsatz- und Gewinnwarnung um die Ecke. Die Erlöse sollen 2024 jetzt in einer Bandbreite von 620 bis 660 Millionen Euro liegen. Bisher war von bis zu 720 Millionen Euro die Rede gewesen. Und die EBT-Marge, also die operative Marge, die soll ebenfalls deutlich geringer ausfallen. Da könnte es heute bei der Aktie nach unten gehen. So, die Termine, lieber Daniel, magst du die auch machen? Die mache ich jetzt auch noch, weil ich schon mal dabei bin. Ja, heute streben die Ampelspitzen, also die Regierungsspitzen an, eine Einigung bei den lange umstritten Haushaltsverhandlungen, um den Haushalt für 2025 zu erzielen. Und dann kommt der mit Spannung erwartete Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. Mit 190.000 Jobs dürften weit weniger Stellen entstanden sein, als im Vormonat, als ein Wert von 272.000 Jobs erreicht worden war. Allerdings gilt bereits eine Zahl von rund 100.000 neuen Arbeitsplätzen pro Monat als völlig ausreichend, um die wachsende Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter mit Jobs zu versorgen. Und zu guter Letzt legt Samsung Electronics noch Quartalszahlen vor. Und das alles ist natürlich gar nichts gegen den einzig wahren Termin dieses Tages, der um 18 Uhr stattfindet, wenn Deutschland gegen Spanien spielt. Jetzt haben wir Gewissheit, in Großbritannien endet eine Ära. Die Ära der konservativen Regierungspartei der Tories. Sie hat heute Nacht ein, man kann es nicht anders sagen, ein desaströses Ende gefunden. Denn die oppositionelle Labour-Partei hat bei der Parlamentswahl in Großbritannien einen Erdrutschsieg erzielt. Dieses Bild zeichnen zumindest die ersten Prognosen, die gestern Abend ab 23 Uhr eintrudelten. Labour dürfte dementsprechend mit Kias Dahmer den neuen Regierungschef stellen und kommt laut Prognosen auf 410 der 650 Sitze im Unterhaus. Für eine absolute Mehrheit im Unterhaus sind lediglich 326 Sitze nötig. Die regierenden Konservativen von Premier Rishi Sunak erfuhren hingegen eine vernichtende Niederlage und kam der Prognose zufolge nur noch auf 131 Sitze. Nach 14 Jahren endet damit die Zeit der Tory-Regierungen. Diese Regierung wurde auch abgewählt, weil Großbritannien ökonomisch seit Jahren stagniert. Das Wirtschaftswachstum lahmt, die Lebenshaltungskosten sind nach oben geschnellt und bezahlbarer Wohnraum ist sehr, sehr rar. Und auch die Aktionäre sind mit den Briten zuletzt nicht glücklich geworden. Die britische Börse ist schlechter gelaufen als die Konkurrenz. Seitdem die konservative Partei die Regierungschefs in Downing Street No. 10 gestellt hat, nämlich seit 2010, haben die Kurse an der Londoner Börse zwar zugelegt, aber in geringerem Maße als anderswo. In den knapp anderthalb Jahrzehnten beträgt das plus 7,6 Prozent pro Jahr. Französische Aktien schafften in der gleichen Zeit 9,6 Prozent. Und der von US-Papieren dominierte Industrieländerindex MSCI World schaffte sogar 13 Prozent. Aber britische Aktien haben auch eine geheime Stärke, die 2024 gepaart mit dem politischen Neuanfang für Anleger zu einem guten Einstiegszeitpunkt machen könnte. Diese Aktien sind nämlich günstig. Die Aktien des Leitindex FTSE 100, ausgesprochen FUZI, werden im Schnitt nur mit dem Zwölffachen ihres Jahresgewinns bewertet. Beim DAX liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis etwas oberhalb von 13, im MSCI World, der US-dominiert ist, sogar bei fast 21. Wir haben uns den britischen Aktienmarkt angeschaut und Titel herausgepickt, die eine besonders gute Kombination von wachsendem Geschäft und moderater Bewertung ausweisen. Im Jargon wird diese Kombination mit dem Buchstabenkürzel PEG oder PEG gekennzeichnet. Je niedriger die PEG-Ratio, desto weniger müssen Anleger für die Wachstumsaussichten des Unternehmens bezahlen. Um in unsere Auswahlliste zu kommen, mussten die Unternehmen außerdem eine Mindestgröße von 10 Milliarden Euro an Börsenwert haben. Zudem durften die Aktien nicht mehr als 50 Prozent unter ihrem Allzeithoch notieren, da ein so großer Abschluss häufig darauf hindeutet, dass das Geschäftsmodell ziemlich unter Stress steht. Und schließlich sollten Branchenexperten eine grundsätzlich optimistische Einstellung zur Aktie haben, was sich in mindestens zweistelligem Kurspotenzial niederschlägt. Ja, und wir stellen euch jetzt mal die Top 6 aus diesem Ranking vor. Ja, angeführt wird die Liste von GlaxoSmithKline. Das Pharmaunternehmen war in den vergangenen zehn Jahren wirklich keine Kursrakete und wird heute nur noch mit einem einstelligen Kursgewinnverhältnis bewertet. Die PEG-Ratio liegt bei GSK bei 1,0. Gleichzeitig floggt das Unternehmen mit einer Dividendrendite von 4 Prozent. Analysten sehen ein Potenzial von fast einem Drittel. Auf Rang zwei folgt die Großbank HSBC mit einer ähnlich niedrigen PEG-Ratio wie GSK. Das KGV ist ebenfalls einstellig. Das 1865 gegründete Geldhaus schüttet gemessen am Aktienkurs mehr als sieben Prozent an seine Anteilseigner aus. Da freue ich mich besonders. Und Branchenexperten verorten den fairen Wert von HSBC 13 Prozent oberhalb des aktuellen Kurses. Die Nummer drei auf unserer Liste ist Smith & Nephew und ist vom Namen her weniger bekannt. Smith & Nephew steht für Krankenhausbedarf von der Wundversorgung bis hin zu Endoskopen. Mit einer Dividendenrendite von gut drei Prozent und einem Kurspotenzial von 19 scheint die Aktie auf den ersten Blick nicht besonders reizvoll. Jedoch bleibt der ganze Sektor schon seit Jahren hinter der breiten Marktentwicklung zurück. Und die Wiederentdeckung der Gesundheitsbranche könnte Smith & Nephew zu einem Outperformer machen. Weiter geht es mit Smurfit Copper Group. Das ist ein lustiger Name. Das ist der europaweit führende Anbieter von Verpackungen aus Papier und Wellpappe. Auch Recycling und Holzbeschaffung gehören zum Geschäft. Mit 47.000 Mitarbeitern in 36 Ländern erwirtschaftet die Firma einen Umsatz von 11,3 Milliarden Euro. Und Analysten trauen der Aktie von Smurfit Copper in nächster Zeit einen Anstieg von 18 Prozent zu. Schauen wir auf Informer. Die Firma steht für Fachinformationen und Veranstaltungen. Anders als andere britische Aktien notiert das Papier in der Nähe des Rekordhochs. Auch das KGV ist mit 17 alles andere als niedrig. Da das Geschäft aber eine relativ hohe Dynamik ausweist, muss das Investoren nicht abschrecken. Die PEC-Ratio liegt bei 1,6 und 4 von 5 Analysten raten zum Kauf. Und zum Schluss werfen wir einen Blick auf die Ashtat Group. Sie ist einer der größten Vermieter für Bau- und Industriemaschinen weltweit mit einer besonders starken Marktpräsenz in Großbritannien und Nordamerika. Die Dividendenredite liegt bei eher niedrigen 1,6 Prozent. Analysten jedoch mögen das Papier und sagen zum überwiegenden Teil kaufen. Das Kurspotenzial von Ashtat Group wird auf knapp ein Fünftel beziffert. Und das klingt doch wirklich verlockend. Die AAA-Idee des Tages Heute, lieber Nando, endet unsere Serie mit Multi-Backern. Ja, und da ist es schon fast Ehrensache, dass wir zumindest eine Aktie aus Deutschland vorstellen. Getreu dem Motto, wenn das Gute liegt zu nah. Ja, und tatsächlich ist der deutsche Kandidat aus der Serie der vervielfacher Aktien ein glasklarer KI-Profiteur. Das Gute bei dieser deutschen Multi-Backer-Aktie besteht gar kein Zweifel. Dass sie das Zeug zum Vervielfacher hat. Denn das hat sie in den vergangenen Jahren schon gemacht. Sie hat sich vervielfacht. Und die weiteren Aussichten, die sind trotzdem blendend. Aber jetzt genug der Andeutung. Unser Multi-Backer-Kandidat aus Deutschland heißt Süß Microtech. Rein zufällig ist Süß die beste Aktie auf dem deutschen Kurszettel in diesem Jahr. Mit einem Plus von 132 Prozent liegt sie sogar vor Siemens Energy. Die kommen auf 118 Prozent. Und das nur in einem Halbjahr. Nicht zu vergessen. In den vergangenen fünf Jahren hat Süß einen Plus von 551 Prozent geschafft. Hat sich also versechseinhalbfacht. Und dennoch hat die Firma aus Garching bei München nur einen Börsenwert von 1,2 Milliarden Euro. Da ist ohne Frage noch Luft nach oben. Ja und auch der S-DAX, wo Süß aktuell gelistet ist, muss längst nicht das Ende sein. Was macht Süß Microtech jetzt so besonders? Im Jahr 1949, ursprünglich als Hersteller für fotografische Ausrüstung gegründet, haben sich die Garchinger inzwischen zu einem international erfolgreichen Mikroelektronik-Spezialisten weiterentwickelt. Seit den 1990er Jahren konzentriert sich die Firma auf die Halbleiterindustrie. Süß steht für Produkte wie Mask, Aligner, Bonder oder Coter. Seit 1999 sind die Garchinger an der Börse zuerst mit dem damals üblichen New Economy Hype, dann mit der folgenden tiefen Ernüchterung. Aber Süß hat überlebt und heute gilt das Unternehmen als Spezialist für diverse Produkte, die für die Herstellung von Microchips, von Sensoren und anderen mikrotechnologischen Komponenten benötigt werden. Das spielt auch in den Bereichen Lithographie hinein, wo der niederländische Vorzeigekonzern ASML der große Player ist. Börsenwert fast 400 Milliarden Euro. Zu den Kunden von Süß zählen Halbleiterhersteller, Forschungsinstitute und Unternehmen aus der Mikrosystemtechnik weltweit. Und in der Ära der KI-Revolution boomt das Geschäft. Im Jahr 2023 konnte Süß Microtech einen Umsatzanstieg von 17% auf 304 Millionen Euro vermelden und wichtiger noch ein Auftragsrekordeingang von 420 Millionen Euro. Und der Vorsteuerertrag, also das EBIT, lag 2023 trotz höherer Kosten für Forschung und Entwicklung bei 27,8 Millionen Euro. Dieses Jahr soll es weitergehen. Für 2024 erwarten die Garschinger laut dem aktuellen Ausblick einen Umsatz zwischen 340 und 370 Millionen Euro. Das entspräche nochmal zweistelliger Steigerung. Treiber ist das sogenannte Bondergeschäft, das von der hohen Nachfrage nach KI-Chips profitiert. Dank der Skalen-Effekte soll die Süß-Bruttomarge auf 35 bis 38% sich verbessern. Dass wir euch das so detailliert vorgestellt haben, soll euch ermutigen, euch nicht nur Süß Microtech, sondern auch andere kleine und mittelgroße Werte aus Deutschland und Europa anzuschauen. Und wer zur Orientierung eine Liste mit circa 30 Werten haben will, der kann immer noch die Geschichte auf welt.de anschauen bzw. durchlesen, wo Holger und du, lieber Daniel, von 94.000 schon mal 30 Aktien vorausgewählt habt. Da stehen gleichsam 30 Aktien drin, die das Multi-Bagger-Gen haben. Gute Lektüre fürs Wochenende. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an www.888welt.de, also www.aa.welt.de oder hinterlassen uns eine Bewertung in eurem Podcast-Spieler. Ulrike hat bei dem 500.000-Euro-Portfolio, aus dem sich jeder eine private Rente bauen kann, ein paar Aspekte vermisst. Was sind die Vor- und Nachteile im Vergleich zu einer Rürup-Rente, die man hier ebenfalls mit ETFs besparen kann, will Sie wissen. Versicherer würden damit werben, dass eine Versicherung, anders als zum Beispiel ein privater ETF-Sparplan, nicht gepfändet werden kann. Außerdem sichere man sich ja das aktuelle Steuerniveau. Das sind alles berechtigte Fragen, Ulrike. Wir nehmen das mal mit in die Sommerplanung. Und Tom fragt, ob wir in der Rechnung die Inflation einkalkuliert haben. Über mehr als 20 Jahre ist die Kaufkraft von den anfänglich 2.000 Euro pro Monat ja wesentlich gesunken, merkt ihr an. Auch das ein Hinweis, den wir bei Gelegenheit sehr gern aufgreifen. Was bleibt nach Abzug des Kaufkraftschunds eigentlich wirklich von dem Geld übrig? Aber heute schaffen wir das nicht mehr, denn für uns heißt es hier und jetzt hoch die Hände Wochenende. Apropos Wochenende, natürlich könnt ihr auch diesmal wieder eine spannende Samstagsfolge genießen. Holger und ich reden mit einem erfolgreichen Unternehmer, einem Immobilienfachmann und einem Nebenwertespezialisten. Drei Gäste werdet ihr euch fragen? Nein, es geht um einen Gast, der aber zu all diesen Themen kluge Sachen sagen kann und das dürfte und das werdet ihr natürlich nicht verpassen. Daher abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Lieben. Wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.